Salute zusammen, schön habt ihr eingeschaltet. Ich wollte nur geschwind mitteilen, dass mein neuer Kaffee-Kränzli hier in Eschenbach eröffnet wird. Willst du an der Eröffnung dabei sein, dann schau an der Turnshow vom 24. bis 26. November hier im Dorftreff in Eschenbach vorbei. Euch erwartet mich, der Inhaber Franz Besitz. Ich habe die Idee, die kommen wie den Blitz. Und mich, Servicedüsen Torli Dusentrip. Ich bin immer zur Stelle und arbeite ganz schnell. Und natürlich mich, Mandy Glaser. Also nein, Glaser Mandy. Ich bis jetzt bin ein Candy. Ach Mandy, du weisst schon, ohne den Stammgast Pios permanent würde hier nichts laufen. Sonst kannst du den Laden wieder verkaufen. So, genug Gerede. Sichert euch jetzt die Kaffee-Kränzli-Beilet und bis bald. Tschüss. Es ist bald wieder so weit. Dunge hoch steht vor der Tür. Es Kaffee macht auf und freut sich auf viele Leute. S Kaffee-Kränzli steht vor der Tür. Komm vorbei. Komm vorbei. Komm vorbei. Wir freuen uns sehr auf dich. Geht ins Tunnel und Theater wartet auf dich. Komm vorbei. Ja, komm vorbei. Komm. Komm.